Ja hey meine Nerds, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kena, Brits of Spirits. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich geschafft, Tauros Verderbnis, glaube ich, wieder teils zu besiegen. Was ist das? Meditieren, ja, machen wir doch mal Dreck. So, haben wir ein bisschen mehr Energie bekommen. Mhm. So, jetzt bin ich auch wieder die Ruhe selbst. Gefühlt hat er diesmal nicht so lange gedauert wie beim letzten. Also der Schreinwächter war schon etwas heftiger. So, wo müssen wir jetzt hin? Ähm. Masken schreien, da müssen wir hin. Ich glaube, wir könnten da jetzt noch die zwei Dinger hier machen. So, wo haben wir den Rob-Punkt darunter? Ne, falsche Richtung. Da lang. Ja. Jetzt laufen wir ein bisschen schneller. Und hier richtig. Genau. Jetzt hier durch. Dann müssten wir hier den Rob-Punkt haben. Super. Dann können wir Dreck ins Dorf. Genau. So. Dann würde ich auch sagen, tun wir erstmal hier die Geisterpostlieferung absetzen. Ja, mischte ich. Ja, mal gucken, was geht jetzt noch auf, ob uns alles zukommt. So, wo müssen wir lang? So, hier runter. Nein, falsche Richtung. Da oben. Wo haben wir denn die Dinger? So, da oben vielleicht. Genau. Einmal abliefern. Und was uns hier erwartet. So. Haben wir das grübste auch schon mal befreit? Und wieder ein paar Seelen gerettet. Na, was haben wir denn da? Truhe. Truhe. Okay. Müssen wir wohl jetzt erstmal die verfluchte Truhe machen. Ja, hoffentlich ist das nichts schweres. 20. Warum kommen denn nicht mehrere auf einmal? So, 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 so. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Ey. Ja, super. Haben wir das doch geschafft. Öffnen wir die mal. Und was haben wir? Ja, super. Noch ein Rot. Ja. Sehr schön. Ah, okay. Machen wir das nächste Outreak. Was haben wir jetzt? 5 Millionen Feinde. Äh, gar nichts. Okay. Aber die Zeit wird immer kürzer. Ja, wo kommst du, blöd Mann, her jetzt, ey. Ah. Oh. 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 Okay. ja wo sind denn die restlichen da ist doch jetzt echt ich war nervig direkt los geht's um meine energie nicht geachtet der versuch wird jetzt schnell vorbei sein als hallo sagen kann das war mir klar können ja wieder nur mir passieren war nicht schlimm ich habe zeit immer noch mal hier rein müssen wir hoffentlich nicht alles von vorne machen gut los geht's wo seid ihr so ihr braucht aber echt lange platz zu laden ja 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 dann kann ich nicht wahr sein ist jetzt gut hier jetzt werde ich auch noch von den kleinen pilzviechern getötet ätzend ja wir machen das später wir bringen jetzt erstmal noch die andere post zurück eben gucken wo war die da oben wo genau hatte lad mal da jetzt hier lang gleich da schräg hoch nur hier müsste das sein ja dann bitte nicht so was queres jetzt machen wir erstmal die seelen jetzt machen wir erstmal die seelen so dann machen wir das auch erledigt ja eine kiste die nicht verflucht ist sehr schön das ist doch mal schön gucken wir mal was hier im garten los ist ein bisschen damit ist ja einer tatsächlich so haben wir sonst noch was hier hinten ja noch eine kiste sehr schön und wieder ein kopfschmuck so können wir mal was neues holen was ist das drücke viereck während du deinen bogen spannst um einen rootfall zu erzeugen kindersbogen feuert einen mächtigen schuss ab der feinde durchbohrt ok was haben wir hier fünf feile was ist das startet den kampf mit einem root aktion ok na hier haben wir jetzt alles erledigt na ja sehr schön dann gehen wir mal wieder da in die eine hütte zurück das lässt mir sonst keine fahrt die richtung bin ich jetzt richtig ja kann ich mal eben kurz in den wagen einkaufen gehen holen wir mal ein paar mützen noch haben wir einen den haben wir noch nicht 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 so Können wir nochmal einmal versuchen. Aber wir könnten ja eigentlich auch den Schrein mal eben machen, oder? Ja, da können wir nicht lang. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal. Hat sich da nur einer versteckt. Den haben wir beim letzten Mal nicht gesehen. Komisch. Naja. So. So, dann einmal hier hin. Dann haben wir unserem Freund. So. 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 hier passiert aber auch nicht großartig ne ne okay die kamera ich bestimmt später eine attacke die ich lernen kann so einmal hier wo kommen wir denn hier dann haben wir hier schon ich warte ich kaufe mir jetzt mal einfach ok doch nicht jetzt auch nicht viel was ich da machen soll hier können wir das rüber wie machen wir doch mal direkt ach das ist wo wir gerade waren ok so versuchen jetzt mal das eine ding zu machen dann gehen wir da hin wo wir hin müssen was ist das geisterbarriere da müssen wir dann auch gleich hin da muss die post hin also ok gleich auf der anderen seite ok die ducke die so versuchen wir nochmal einmal die kiste versteckt euch mal ihr lieben ok ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.